Also ich werde noch versuchen die Kontakte hoch zu biegen, aber an sich... ...sitzt das Ding ja sch... die Cartridge... ...alter, Falter... ...sitzt die Cartridge ja stramm... ...in dem Connector drin. Endlich. Wenigstens mal zum Endboss kommen oder so. Das Problem ist, wenn jetzt hier irgendwie... ...Gegner sind. Ach, da sind Spikes, habe ich gar nicht... ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist das? Gut. Stage Select... ...Juuu. Wir machen mal Stage Select. Ist das jetzt immer noch so spaßig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... ...neun. Ich versuche das mal zu restarten hier. Vielleicht... Ne. Nein. Ich hole die Cartridge noch mal raus und dann gucke ich mal weiter. So, und da sind wir wieder. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Wir wollten ja Drillman jetzt machen. Also nicht Metalman, sondern Drillman meinte ich natürlich vorhin. He-pe-ee. Mal gucken, was hier uns erwartet. Coole Musik. Ich habe auch übrigens total vergessen, wir können hier rutschen, ne? Ich weiß nicht, ob wir schon im... ...ja, dritten Teil rutschen konnten. Was ist das denn für ein Kack? Fick. Wohre. Wohre. Lass mich alle in Ruhe. Nein Gott, die sind ja mega nervig, die Marienkäfer. Okay. Da einfach nur drauf ballern. Das ist ganz gut. Die haben keinen wunden Punkt, sondern sind einfach komplett verwundbar. Oh, ein Leben. Nice. Was? Also die... Oh, noch ein Leben. Was ist denn da los? Die mag ich nicht. Ah, da oben ist ein... Ja, genau. Das sind so... Wie heißen die nochmal? Vampire? Fledermäuse. So. Geil da. Okay, da ist noch eins. Also das Leben will ich... Ne. Hol' ich mir nicht. Ich lass' das mal da. Wir haben eben grad zwei Leben gebraucht. Das ist jetzt nicht... ...bekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt vonnöten... ...maß ich. Lass' ich... Was wird da jetzt... ...Wass' wir da jetzt... Oh... Fuck you! Ich hase die Marienkäfer. Ich hoffe ich krieg das... Was seid ihr denn? Ach so, Kleiner. Okay. Kommen wir da hoch? Oh, Gottes Willen. Was sind das denn hier für Sprünge, ey? Oh, ein Energietank. Aber wir haben doch Rush. So heißt er. Der ist auch Rush, oder? Komm mal her, hier. Nice. Okay. Wir haben einen Energietank. Oh, was macht er denn? Oh, eine große Energie. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, okay. Da oben sind drei. Aber da gibt eine kleine Energie her. Das ist schön. Okay, da muss man so drunter durch. Alles klar, verstanden. Nicht verstanden. Droße. Droße. Die ist auch wieder weg? Das ist so kompliziert alles. Das ist so kompliziert alles. Sind die getimed? Natürlich machen die auch Schaden. Natürlich. Wie kann ich nur so blöd sein? Alles, was irgendwie... Also alles, was existiert irgendwie, macht natürlich Schaden. Warum macht er das jetzt? Das haben die eben nicht gemacht. Mann. Das ist unfair. Dankeschön für die große Energie. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie das hier getimed ist irgendwie. Darf ich nicht. Noch eine große Energie. Das ist ja sehr schön. Ich vergesse das auch immer, ne? Ich verstehe nicht, wie man da ausweichen kann. Yo! Alles klar. Wie soll ich das denn hinkriegen, bitte? Das macht mir richtig Bock auf das Spiel, dass das jetzt hier so wunderbar funktioniert. Warum? Nie mal irgendwie einen Boss oder so kaputt gekriegt. Womit hängt das zusammen, dass der auslöst? Wenn er in der Nähe ist? Ja, wap. Mal hier oben. Da kann man gar nicht dran vorbeikommen, Mann. Was ist da los? Was? Na, natürlich. Ist das... Kann man hier eigentlich drauf stehen? Oder ist das dann egal so? Oh, diese Brocken, ey. Sind wir jetzt tot? Nee, warum nicht? Ich will eine andere Stage machen. Oder kann man die Brocken kaputt schießen? Leck mich doch, ihr scheiß Staubsauger, ey. Mann! Warum machen die das? Das haben die... Ja, genau. Zweimal. Das haben die vorhin nicht gemacht. Also beim ersten Mal. Kann man nicht kaputt schießen? Ich glaube, die kann man kaputt schießen. Ja, die kann man kaputt schießen. Das ist ja... Das ist ja hochgradig interessant. Dann will ich wenigstens was von den Scheiß... Ja. Bröseln da nie abkriegen. Natürlich sterbe ich jetzt an dem Vieh. Natürlich. Und jetzt haben wir kein Leben mehr, ne? Was? Was denn los? Das muss jetzt aber das Letzte... Ja, das ist das Letzte. Das Allerletzte. Ich verstehe diese Viecher nicht. Leck mich doch fett, ey. Ich glaube, so ist das gedacht, dass man das so macht. So. Es ist auch schön, wie man hier so rangeführt wird, ne? Also hier erst mal so... Du läufst an dem Schalter vorbei und denkst so, hä, warum geht das hier nicht? Und wenn du zu den Schaltern wirst... Ah, und jetzt hier ist schon wieder was anderes. Ach. Ach ja, du tat vergessen mal wieder. Ah. Oh, ich... Ich vergesse immer diese scheiß Bröckchen und ich vergesse immer das Ding direkt kaputt zu schießen. Das ist doch Müll, ist das. Brauch ich nicht. Will ich nicht haben. Wofür? So, auf jeden Fall den Dustman. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, den Dustman mal auszuprobieren. Staubmann. Okay, an die Stage kann ich mich erinnern. An die Stage kann ich mich erinnern. Da gibt es auch, glaube ich, noch so eine... Wow. Da gibt es auch, glaube ich, noch so eine Presse irgendwie am Ende. Oh, dieser Beckenspackung. Schießen die auch oder stehen die nur um hier rum? Ist aber gut. Ich glaube, die Nerven auch. Wie, die Nerven, ey. Bacon! Ich muss über den drüber springen, ne? Da müssen wir, glaube ich, runter. Sah jedenfalls so aus. Oh, eine große Energie. Rush. Dankeschön. Okay. Was kommt jetzt? Nichts. Ah, den hatten wir vorhin schon, weil den kann man einfach so kaputt ballern. Was ist das? Oh nein, was macht die denn hier? Ich hasse Marienkäfers. Von ganz Anfang an wieder, ey. Das... Korzt an. So, Bacon Man. Mache ich alle kaputt. In the Pro hier. Nein! Ich habe schon bevor, also während dem Sprung, bevor dieses Vieh oben war, habe ich schon Nein gesagt. Das ging schnell. Gut. Dann nehmen wir mal... Ich bin schon você. Also, du macht das früh. Ich bin schon... Vielen Dank.